Dicht gedrängt klammern sie sich aneinander. Zwei Mädchen in beigen Mänteln, hinter ihnen ein Absperrgitter, vor ihnen eine Horde von jungen Männern. Die Mädchen werden eingekreist, begrapscht, belästigt. Verzweifelt versuchen sie, sich die Männer vom Leib zu halten. Die Freundinnen sind 20 Jahre alt, Studentinnen aus Deutschland, die in Italien den Jahreswechsel feiern wollten. Man hört deutlich, wie eine der beiden auf Deutsch um Hilfe ruft. Sie sind nur zwei von inzwischen mehreren Frauen, die in Mailand Anzeige wegen sexueller Nötigung erstattet haben. Szenen, die Erinnerungen wachrufen an die Silvesternacht 2015-16 in Köln. Auch hier war es ein Domplatz. Auch hier wurden unzählige Frauen im Pulk heraus eingekreist und sexuell belästigt. Auch hier kommt die Schande erst Tage später ans Licht. Die Mailänder Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. An die 18 Verdächtige seien vorerst festgenommen worden. Bilder von Überwachungskameras halfen bei der Identifizierung der überwiegend unmaskierten Verdächtigen. Ebenso wie damals in Köln ist auch hier in Mailand nicht ausgeschlossen, dass in den nächsten Tagen noch viele betroffene Frauen Anzeige erstatten würden. Aber dann crackla置iert werden die Überwachungskameras. Musik Musik Musik